So, wir gehen jetzt rein in Fenerium. Lass mal gucken kurz, was hier ist, Digga. Lass mal ein bisschen bestellen, Digga. Oh, ich brauch dabei diese Musik, Digga. Ich sag dir ehrlich. Oh mein Gott. Freunde, ich möchte ein bisschen einkaufen bei Fenerium und ich möchte euch daran teilhaben. Ähm, und zwar, mein Cousin kommt am 29. ist er bei mir, am 28. Ich brauch bis dahin ein paar Sachen. Was können wir denn hier holen? Jenny Saison. Okay, gucken wir mal. Winner, Winner, Chicken Dinner. Was ist das denn, Digga? Das ist ja mal richtig hässlich, Bruder. Stell auf Männer ein. Ja, stimmt. Warte mal. Okay, was kaufen wir denn hier alles? Oh, das sieht gut aus, oder? Ach, nee. Das ist wieder so ein Ding. Nee, das finde ich nicht so gut. Oh, okay. Das sieht ganz sympathisch aus irgendwie. Aber das ist auch so ein Ding. Das werde ich wieder nicht tragen, ja. Oder? Was sagt ihr? Wird man das tragen, Digga? Das sieht eigentlich ganz cool aus, Alter, ja. Oder? Kannst du für mich auch bestellen? Werde dieses Jahr nicht mit Türkei gehen können und möchte Arda Güler Trikot von letzter Saison. Ey, Walla, stark. Ey, Leute, Walla, wisst ihr, was ich kaufen werde? Weil falls Arda Güler doch gehen wird, ich brauch ein Trikot von ihm, Bruder. Ich werde auch meinem Cousin sagen, er soll von letztes Jahr Arda Güler Trikot mitnehmen als Wertanlage, Digga. Weil der Typ wird einfach messy, Leute. Oh, die Trikots, die T-Shirts, da fallen immer so komisch aus, Digga. Ich finde das, das hat irgendwas, ja. Oh, das sieht geil aus. Oh, das sieht stark aus, Digga, ja. Aber wann werde ich das anziehen, Bruder? Wann ziehe ich sowas an? Ich ziehe sowas nie an. Jedes Mal kaufe ich mir sowas. Ich habe auch letztens... Was ist das? Okay, das ist geil, Bruder. Das sieht so ein bisschen aus wie Versace. Das hat, das sieht, das sieht, das ist geil, Digga. Okay, das ist geil. Oh, das sieht auch geil aus, Bruder. Oh, das sieht geil aus. Mal so ein Trikot hätten die machen müssen, Bruder. Oh, das sieht stark aus. Walla, das sieht stark aus. Das sieht stark aus, Alter. So ein Trikot hätten die mal machen müssen. Oh, das sieht auch geil aus, Bruder. Oh, das ist wieder zu viel. Hamed, mein Bruder. Küsst deine Augen. Hamed, willst du was haben? Walla. Hä? Was willst du haben, mein Schatz? Ich kaufe dir. Hamed 10. Hamed Loco 10. Welches Trikot willst du haben, Bruder? Nein, 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 Hamed. Sag mal, sag mal ehrlich. Welches Trikot hier findest du sympathisch von denen? Welches Trikot? 1, 2 oder 3? Du musst jetzt kaufen. Du weißt, wie das bei Türken ist. Willst du 1, 2 oder 3? 1? Echt? Du nimmst 1? Okay, stark. Hamed Loco. Hamed Loco 7 oder Hamed Loco 10 wegen Messi? Oder soll ich Messi draufschreiben? Haha. Ähm, warte mal, du bist... Ich hol dir M, ja? Du bist dünn und groß, ne? M ist gut für dich. 10. Hamed Loco 10. Du bist dünn und groß. Ich hol dir M. Das wird geil. Das wird geil. Nein, nicht L. Nicht L. L? Puma. Nein, ich hol für mich selber M. Und ich bin ein bisschen dick. Puma safe L. Wallah. Ich muss gucken. Ich lass meinen Cousin das anziehen. Dementsprechend kann ich das einschätzen. Also das hier wollte ich safe kaufen, Bruder. Das find ich ja mal richtig geil, Bruder. Diese Bullenkopf. Ich schwör's dir, das find ich unglaublich. Unglaublich. Das hol ich safe. Ich wollt eigentlich nur das. Mein armer Cousin, Alter. Der muss die ganze Tüte voll machen. Bruder, ich find das... Oh, warte mal. Auf dem Rücken steht auch noch was. Boah, Junge. Das ist mein neues T-Shirt, Digga. Das ist mein neues T-Shirt. Oh mein Gott, dieses Trikot. Warum ist das so günstig? Das ist ja nicht mal ein Trikot. Ey, das kauf ich auch. Das ist Trainings-T-Shirt. Alles rein damit. Alles rein damit. Mann, ich muss da hin, ja. Safe. 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 Der kommt hier hin. Boah, das ist so geil. Safe. 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 Oh, ich freu mich. Ey. Ey, 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 ey. Ey. Ich muss da hingehen eigentlich, ja. Ich muss eigentlich da hingehen. Oh, dieser Pullover ist auch sympathisch. Aber das sind so Sachen, die werde ich dann eh nicht anziehen, ja. Ah, nee, Alter. Scheiß drauf, oder? Scheiß drauf. Was ist das? Demlik-Pochette. Junge, so ein Chai-Demlik, Digga. Boah, Junge, was ist Rolex, ja? Junge, Rolex. Was ist Rolex, ja? Na, quantum am Ende, ey. Sein Garten-Peach. Oh, sowas hasse ich, ne? So, so, so vernünftig. Okay, die sind von letztem Jahr. Die sind von letztem Jahr. Haben wir nicht dieses Jahr? Ach so, das hier muss ich ja auch. Das hier, das hier nehme ich auch auf jeden Fall. Ach, die Trikots, ja, stimmt. Die Trikots dann. Ey, Junge, ich habe so Bock. Erkek. Erschort, Mann. Antraman. Das sind die neuen? Boah, das sind die neuen Trainings-Trikots? Äh, Trainings-Anzüge? Das ist geil. Das sieht mächtig aus. Das sieht ja mal richtig geil aus. Okay, aber ich glaube, ich hole ein Gelb. Ich hole ein Gelb. Was ist der Unterschied? Ja, es hat mir nicht... Ach, der hat... Okay. Ah, okay. Ah, okay. Okay, okay, verstehe. Der hat hier Muster und hier das Reichsverschluss geht nach unten. Okay, haben die auch Hose? Das ist dann die Hose? Ja. Okay, geil. Ja, 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 ja! Jawoll! Rein damit. Das nicht. Den nehme ich mit. Das nehme ich auch mit. Alles rein da. Was haben wir noch? Fußballhose. Äh, T-Shirt. Finde ich das geil. Das brauchen wir jetzt nicht. Oh, armlos. 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 Armlos geht auch einer. Einer geht, einer geht. Mann, ja. Wallah, ja. Mann, ja. Bruder, ich habe doch die Mannschaft noch... Vor zwei Wochen habe ich mir geschworen, ich werde nichts kaufen. Vor zwei Wochen habe ich diese Mannschaft noch gehasst. Ich habe mir geschworen, ich werde dieses Jahr keinen Cent ausgeben. Einfach aus Trotz. Was passiert jetzt schon wieder? Was ist jetzt schon wieder passiert? Ich habe einfach alles vergessen und ich bin glücklich. Ich habe einfach die ganze Saison vergessen, ja? Warum, warum ist das so krass bei Fener? Ich habe einfach die ganze Saison vergessen, Bruder. Ich habe alles vergessen und ich bin einfach... Wir lieben diese Mannschaft. H7. H7. Frag. Ich habe einfach die ganze Saison vergessen und ich bin glücklich und ich kaufe ein. Okay, das ist das alte Trikot. Ähm, das sind die alten Sachen, okay. Das ist auch so hässlich, Bruder. So vernünftig. Tete, pete. Lass mal, Digga. Okay, das nehme ich mit. Warte mal, was habe ich jetzt alles? Ich brauche von letztem Jahr noch Trikot. Trikot, das Trikot packen wir noch mit ein. Dann nehme ich das Trikot noch mit. Muss halt gucken, welche Größe, ne? Ähm, Torwart Trikot, nee. Oh, eine Hose. Warte mal, die blaue kann ich zu beiden tragen. Die blaue nehme ich mit. Obwohl es einfach keinen Sinn hat. Aber ich nehme sie einfach mit. Äh, Socken. Socken. Das sind die vom letzten Jahr. Eigentlich kann man die auch wieder benutzen, aber einfach aus Prinzip. Was ist das denn? Volleyball? Volleyball? Auf jeden Fall das Trikot. Ah, nee, das ist das Spiel, das brauche ich nicht. Das Trikot hier, geil. Günstig, weil das ist vom letzten Jahr, aber ich brauche das mit Nummer 10, Ardagüller. Safe als Wertanlage. Okay. Okay. Basketball. Boah, was ist das denn? Das sieht ja mal geil aus, Junge. Das hätten die auch mal bei Dings machen können. Wallah, sehr stark. Wie sympathisch sieht das aus. Stellt euch vor, so ein kleiner grüner Akzent bei Fußballmannschaft. Bruder, wir sind der Brasilien, ja. Wir sind der Brasilien. Was ist das hier für eine Marke, ja? Erkek, Volleyball, Antraman. Ja, ich glaube, wir haben alles, oder? Jetzt gucke ich nochmal kurz, was habe ich alles gekauft. So, was habe ich alles gekauft. Gucken wir mal kurz rein. Fangen wir an damit. Das ist die Nummer 1. Ja, ja, doch, jetzt doch tier ich aus. Das T-Shirt brauche ich zu 100%. Das kann ich auch auf so einer Hochzeit tragen oder so, weißt du? Das ist krass, Digga. Das hole ich safe. Hier drüber kann ich mich streiten. Ich glaube, ich werde das nie anziehen, ja. Ich glaube, das wird nicht gut aussehen auf mir. Ich, ich, oh, was ist das denn? Das sieht doch auch geil aus, Mann. Scheiße, Alter. Oh mein Gott, das sieht ja mal richtig geil. Das ist auch geil. Oder was passiert hier wieder, ja? Es sind immer so Sachen, Bruder, ich kaufe das. Ich kaufe das immer. Keiner schreit bei Beerdigung anziehen. Bruder, ich kaufe mir immer das und dann ziehe ich es nie an, Digga. Scheiß drauf, komm. Ey, wirklich, was ich nur 100% anziehe. Also, darauf habe ich richtig Bock, Waller. Was war das denn? Nee, das lassen wir weg. Das lassen wir weg. Das, das muss ich mal kurz hier löschen. Ach so, das ist irgendwie für Hamed. Stimmt. Ich habe mich schon gewundert, was, was, was das, Digga. Aber das würde Hamed stehen sogar. Ja, safe, 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 safe. Todesgeil, todesgeil. So klein, dezent, geil. Hier drüber kann man sich streiten, sage ich dir ehrlich. Weil, ob das so Sinn hat. Ich glaube, das ist, das ist, das sieht geil aus, aber ja. Mann, ja. Es ist einfach fast das gleiche, Bruder. Mann, 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 Mann. Mann, jedes Mal das gleiche. Ich nehme das Trikot, Bruder. Es hat keinen Sinn. Ich nehme das Trikot, wenn ich irgendwann mal in Istanbul bin, dann gucke ich mir das mal. Ich muss mir das anprobieren. Das Ding ist, das brauche ich nicht so 100%. Ich will erstmal die Sachen jetzt haben, die ich 100% unbedingt brauche. Weil mein Cousin bringt das ja mit. Den Rest gucke ich einfach selber. Warte mal kurz. Das packen wir jetzt erstmal. Wir sind hier jetzt. Dann hatte ich das hier. Das nehmen wir nicht. Das lösche ich mal hier raus. Danach haben wir das. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 25 cm breit. So nur 15 cm lang. Das ist ein geiles Ding für mein Streaming-Dings. Das ist geil, Bruder. Das hole ich safe für mein Streaming-Zimmer hier auf den Kühlschrank da. Auf den Kühlschrank. Das sieht so geil aus. Okay, jetzt kommen wir zu den Trikots. Ah, nee. Das ist die Hose. Ja, eine Hose safe. Eine Hose safe. Dann safe. 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 Geil. Geil. Dann safe. 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 So habe ich. Ich kann die Jacke einmal damit tragen. Diesen Pullover und einmal das hier so. Geil. Geil. Ja, doch. Arm los. Arm los geht. Arm los geht. Arm los geht. Arm los geht. Safe. 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 Eine Hose. Die passt irgendwie gar nicht. Hä? Nee, auf die Hose habe ich irgendwie abgehoben bekommen, ja? Nee, komm, weg die Hose. Ich habe so viele Puma-Hosen vom Fenner, Digga. Brauche ich nicht. Nee, die Hose nehme ich mich mit. Und dann das Trikot von letztes Jahr mit Arda Güler. Safe. Ja. Ja, 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 ja. Das Trikot von letztes Jahr mit Arda Güler, Digga. Okay, geil. Ist ja gar nicht so viel, ne? Ja. Wie viel ist dein Outfit wert? Äh, H7. Schreibt es rein. Äh, das wird auf jeden Fall gekauft. Hol Arda auf neue Trikot. Er hatte doch Finale an. Oh. Okay. Ja, ja, du hast recht. Dann hole ich hier einmal Arda und hier auch noch einmal Arda. Das ziehe ich einfach nie an. Einfach nur so für, äh, Dings. Dann kann ich sagen, das hatte er damals an, wenn er irgendwann, äh, 28 Jahre alt ist und bei Barcelona spielt und niemand glaubt, dass er vom Fenner kommt. Dann kann ich sagen, das hatte er beim, äh, äh, beim, äh, Serat Kupas zu Finale an. Kann man aufhängen, Bro, ja. Kann man aufhängen, stark. Das nehmen wir auch noch mit, mit Arda Güler. Dann nehme ich das und das. Das nehme ich einfach, weil es, Digga, das kostet 20 Cent, Digga. Weißt du, was ich meine? Was ist das, ey? Drei Euro, Digga. Ey, scheiß drauf, Digga. Ey, 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 drei Euro, Junge. Drei Euro, Junge. Drei Euro, bitte, ja. Mit, mit, Beflockung vielleicht zwei Euro fünfzig einmal nach Räumen, ja. Ah, dieses T-Shirt freue ich mich schon, wenn ich das im Livestream habe und es glänzt so. Und jeder sagt, ey, was ist das für ein T-Shirt? Das ist Fennerbatsche, du Idiot. Ha, äh, voll hässlich. Ja, auf einmal hässlich. Jetzt eben gerade, äh. Wie bei meinem Dings, wie bei meinem Legenden-Pullover vom Fennerbatsche. Jeder sagt, ey, was ist das für ein, äh, 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 Jacke? Ist das Versace? Nein, das sind die Legenden vom Fennerbatsche. Das kennt ihr nicht, weil ihr keine Legenden habt, ne? Das sind jetzt insgesamt, wie viele Artikel sind das jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, kommt zu Fennerium. Lasst euer Geld bei der sympathischsten Mannschaft der Welt. Und in diesem Sinne. Das war's mit dem Video.